Eine Höhle mit glühenden Steinpilzen, äh? Sieht so aus, als wär ich da. Elfen. Glühn hier, funkeln da. Ich liebe ein ordentliches Abenteuer. Das ungezähmte Wilde, ein ordentlicher Bissen am Feuer. Nein! Willst du etwa an mir rumknabbern? Daraus wird nichts. Wo zwei Schwestern wahrlich sich streiten, findest du das Herz. Vielleicht meint dein Orakel wirklich diesen Ort. Bei dem schlimmsten Streit, den Juko und ich jemals hatten, ging es um diese Pflanzen. Als diese Fleischfresser begannen, sich zum Dorf hin auszubreiten, habe ich mir ihre Samen geschnappt. Ich wollte sie ins Meer werfen. Ich habe mir große Sorgen gemacht und folgte ihr. Und habe sie hier gefunden in unserem Lieblingsversteck, der Höhle der glühenden Steinpelze. Ich dachte, sie würde mir nicht trauen. Aber ich wollte nur, dass sie sicher ist. Wir haben gestritten und der Sack mit den Samen ist aufgerissen und... Alles fiel heraus. Und danach habe ich Blumenthal verlassen, um Einhornwache zu werden. Seitdem haben wir uns nicht gesehen. Es war alles meine Schuld. Dadurch zu gelangen wird nicht einfach. Kinderspiel! Ich fliege einfach durch die Schlucht und klebe den Kern das Maul zu. Dann können wir in die Höhle gelangen und nach dem Kristall suchen. Das ist es? Das ist dein Plan? Was, wenn diese Pflanzen zu schnell für dich sind? Improvisieren! Meine Ein-Mann-Armee könnte vielleicht eine weitere Armee gebrauchen. Nein! Das ist dein Problem, Yoko. Du improvisierst immer, aber ich will, dass es dir gut geht. Yoko, deine Schwester sorgt sich um dich. Hm. Das ist dann ihr Problem. Hm. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Aufgewacht, ihr Großmäuler. Es ist Fütterungszeit. Yoko, pass auf! Danke für die Hilfe. Alle für einen, einer für alle. So schwer war das nun wirklich nicht. Wie eklig. Hat dein Orakel nicht was von Harmonie gesagt? Mit diesen Pilzen kann man ziemlich coole Musik machen. Wow. Das ist wunderschön. Okay, teilen wir uns auf. Mia, du kommst mit mir. Genau so wie damals. Ja. Wir hatten hier so viel Spaß miteinander, erinnerst du dich? Naja, das könnte wieder so sein, wenn du nicht so, du weißt schon, kontrollierend wirst. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass es nötig ist, dich zu kontrollieren? Mo, sieh doch! Das fehlende Stück. Es muss hier irgendwo sein. Warte. Wow, siehst du? Findest du das Herz? Und harmonische Seiten. Wieso musst du mich immer davon abhalten, das zu tun, was ich liebe? Weil das, was du tust, riskant ist. Ich will doch nur Centopia beschützen. Und ich will doch nur dich beschützen. Ich will nicht, dass dir irgendwas passiert, weil... ich dich liebe. Du liebst mich? Ich dachte, du hasst mich. Weil du mir niemals zuhörst. Schätze, das liegt in der Familie, hä? Der Herzkristall. Du hast ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Zusammen. Als Schwester. Wo zwei Schwestern wahrlich sich streiten, findest du das Herz und harmonische Seiten. Wo zwei Schwestern. Wo zwei Schwestern. Wo zwei Schwestern.